einfach den ausgang suchen immer das game content strong images blut carry sense flashing lights and go wenn du stirbst dann musst du warten bis deine gruppe den ausgang findet also einer und dann die die tod sind werden wiederbelebt so ich habe neben mir gerade ein video ich sehe so ein capi bera einfach der meine kamera guckt hallo ja ja ich bin kein capi bera ja elefant ist jemand hier kann man ja könnte skip drücken hallo hallo wer hat angst beim schwarzen mann du rassist das hat ne alter kennst du das spiel jetzt sagt mir nicht jetzt sagt jetzt sagt mir nicht du kennst du spiel nicht mit angst vom schwarzen mann was für schwarzen mann alter was packt ihr denn da so rum könnt ihr nicht ordentlich joinen hier ne die machen liebe die machen liebe aber verkehrt um die liebe ich habe top qualität das ist alter so wie du aussiehst brauchst du ein exorzismus nee guck mal da brauchst du eingedrückt komm mal runter da und sonst holen wir gleich mal ein priester dann führen wir hier ein exorzismus durch alter wir brauchen so einen exorzisten der ist schon besessen der stunde mir schon nicht mehr zu helfen im markt was machst du da jetzt da ist ein monster gewesen ist ein spagetti mann streck mich doch nicht so struppel struppel da war ein spagetti mann ich bin auch ein spagetti mann macht eure taschenlappen ein spagetti mann setz dich mal drauf lieben ah wie geil disco ball disco boah alter was war das denn wir haben einen erfolg bekommen krank ja ich will auch sein ich will auch sein ich will auch sein ey das ist der stuhl von ben ben ist einfach tot ja hau ab wenn wenn sich das ändert wenn irgendwas bot mit flackert oder sonst irgendwas dann ist der spagetti mann spagetti mann ich weiß nicht ob das so gesund ist das grüne licht da flackert das licht da ist ein pfeil pfeil pfeile sind gut da kommt man in das nächste level huuuu aaa aaaa aaaa aaaaaaah aaaaaaa aaaaaaah aaaaaa aaaa aaaaaa aaaaaaah aaaaaaah kann man dich wiederbeleben naiin ihr müsst den ausgang suchen bitte für mich ja ok snackenist vergessen aaaaaaah Oh oh warte mann kann dich wiederbeleben mann hat 4 lives Oh mein Gott, alle tot. Ne, ich hebe ihn noch. Yes, respawn. Ich auch noch, ich auch noch. Er kommt, er kommt. Okay, los geht's. Ey, ich laufe jetzt einen anderen Weg, das war voll der falsche Weg, ey. Nein, da war der Pfeil. Pfeil ist immer richtig. Ey, aber Leute, teilt euch die Energie aus. Wenn euch das Leben einen... Wenn euch das Leben einen Fall gibt, dann folgt ihm. Ich kann jetzt einfach um mein Leben. Ja, ich auch. Aber Snack, teilt dir deine Energie auf. Boah, Alter. Ja, wir müssen aufpassen. Ich bin schon wieder gestorben, wo seid ihr denn? Wir suchen den Ausgang. Ich such ihn. Warte, was steht denn da an der Wand? Wo seid ihr, bitte? Ey, guck mal, hier steht was an der Wand. Kann das Monster gehen? Neu Idee. Ich glaube, ich hab euch verloren. Moise Mama Piep. Da bist du. Ich hab ne... Ich bin ganz alleine. Wie könnt ihr mich so alleine lassen? Pudding? 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 Oh, das hört sich nach... Alter, dieses Monster ist aggressiv. Habt ihr auch schwergestellt, oder was? Wie du es schwergestellt? Hallo. Hallo. Drück mal... Drück mal auf diesen... Ähm... Ähm... Tonknobel. Ja. Bei der Kamera. Boah, ich hab mich grad von meinem eigenen Partner erschrocken. Hahahaha. Pfeift mal ganze Zeit den... H- 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 Ist eigentlich noch irgendjemand am Leben? Ja, ich bin noch nicht einmal gestorben. Ich bin noch nicht einmal gestorben. Ich lebe noch. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Ich glaube, ich bin sehr weit... Ich bin dreimal, zweimal gestorben. Ey Leute, ich such grad den Ausgang, ne? Boah, da ist ein Pfeil. Ich hab einen Pfeil. Warum verlasst ihr euch eigentlich auf den Pfeilen? Naja, weil der ist gleich zum nächsten Level. Dann bin ich ja jetzt schon fünfmal vorbeigelaufen. Ach egal, ich hab schon wieder einen Pfeil. Da ist noch ein Pfeil. Struppel! Wut stehen, Struppel! Was? Wut gefressen. Wut stehen! Ich hab dich gefunden! Ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's! Geh da rein, schnell, geh da durch, geh da durch, schnell! Bitte! Ich hab nur noch zwei...